Friede des Herrn, liebe Geschwister, und einen schönen guten Morgen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Tag. Danke, dass wir hier in deinem Haus sein dürfen. Danke für dein Wort für uns heute. Wir wollen von deinem Wort lernen, Vater. Im Namen Jesus. Amen. Schlag bitte deine Bibel auf in Psalm 126. Wir lesen die Versen 1 und 2. Als der Herr die gefangenen Zion zurückführte, waren wir wie Träumende. Ich glaube, dass jeder, der mit Jesus unterwegs ist, diese beiden Versen auf eine Situation in seinem Leben beziehen kann. Zum Beispiel, als der Herr mich aus dieser Gefangenschaft geholt hat oder als der Herr mich von dieser Krankheit geheilt hat oder als er meine Ehe oder die Beziehung zu meinen Kindern oder meinen Eltern wiederhergestellt hat, als der Herr mich verstehen ließ, dass er mich liebte und mir vergab und mir ein neues Leben geschenkt hat, Ich war wie ein Träumender. Jeder kann sich so eine Situation vorstellen. Es war so eine Freude, dass wir es nicht erklären können. Ich konnte nur lächeln und Gott lobpreisen und die anderen Menschen, die diese Veränderung in meinem Leben gesehen haben, mussten sogar anerkennen, der Herr hat wirklich Großes in ihrem Leben getan. Und ich antwortete, das hat er wirklich gemacht und deshalb bin ich froh. Aber dann verging die Zeit. Das große Wunder, das Gott vollbrachte, wurde Teil meines Lebens. Und mit der Zeit wird es fast zu einer Selbstverständlichkeit. Wir staunen nicht mehr über das, was Gott getan hat, denn dieser Segen ist jetzt Teil unseres täglichen Lebens. Und manchmal sieht es aus, als wäre er immer da gewesen. Er macht uns natürlich noch glücklich, aber es ist auch kein Grund zum Tag träumen, Lächeln, Lobpreis. Und dann vergeht die Zeit, neue Probleme kommen und die Probleme, die haben diese Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, die aktuellen Probleme scheinen immer größer zu sein als die vorherigen. Es ist immer wichtiger und schlimmer, bis zu dem Punkt, an dem meine Sorge um ein Problem, meine Freude völlig stehen kann. Ich höre auf, manchmal zu lächeln, ich höre auf, Gott zu loben und zu danken, denn meine Gedanken werden von einer Situation eingenommen, die mich nur momentan plagt. Und ich denke nicht mehr an alles, was ich schon bekommen habe und kann mich nicht mehr freuen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also, ich will auch hier nicht sagen, sei doch nicht so, weil ich selbst so ein Mensch bin. Aber ich möchte mit dir heute teilen, was der Heilige Geist in dieser Hinsicht zu mir gesagt hat. Das Erste ist, dass wir uns ungeachtet der Umstände freuen dürfen und sollen. Ein großartiges Beispiel dafür, das ich in der Bibel finde, ist Paulus. Er schrieb in mehr als einem seiner Briefe, freut euch immer im Herrn. Und das schrieb er aus dem Gefängnis heraus an Gemeinden, die Verfolgung, unter Verfolgung waren. Und dann fragen wir uns, ist das überhaupt möglich, lieber Bruder Paulus, uns immer zu freuen, wenn wir im Gefängnis sind, wenn wir unter Verfolgung sind, einfach Gott loben und sich freuen. Das hat er selbst ausprobiert. Aus dem Gefängnis heraus fing er an, Gott zu preisen, Gott zu loben. Hätte er es nicht gemacht, würde er eine der denkwürdigsten Erfahrungen in seinem Dienst verpassen, nämlich das Erdbeben, das alle Ketten zerbrach. Ich glaube, Paulus würde antworten, Leute, macht das, ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich krass, was passiert dann. Zweitens, erinnere dich an die Segen und erzähle sie. Gott hat zum Beispiel für sein Volk Gedenkfeste eingerichtet, zum Beispiel das Passafest, damit das Volk Israel für immer die Befreiung aus Ägypten feiert und den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, nie vergisst. Jede Generation sollte sich daran erinnern. Es ist wichtig, dass wir auch Gottesdienste zur Danksagung feiern, in der Familie, in der Gemeinde, zwischen Freunden. Wenn wir Zeugnis geben und den Segen berichten, die wir empfangen haben, bauen wir unseren Glauben auf und auch den Glauben von anderen. Das ist sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist, sehe weiter und glaube an den Gott, der deinen Samen wachsen lässt. In den Versen 5 und 6 vom Psalm 126 können wir zusammenlesen, sagt der Psalmist, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Ich weiß nicht, was du gerade sählst, aber wenn dir das Sehen schwerfällt, wenn es dir weh tut oder wenn du gerade weinen musst, ich wollte dir heute nur sagen, gib deinen Samen trotzdem nicht auf. Der Psalmist sagt, dass er keinen Zweifel daran hat, dass derjenige, der mit Tränen sät, mit Freude zurückkehrt, wenn er die Ernte bringt. Und er weiß das, weil er das auch so oft mit dem Volk Israel erlebt hat. Unser Gott hat sich nicht geändert, Geschwister. Das Problem ist, dass wir bestimmte Samen sehr schnell aufgeben. Ich weiß, es gibt auch Saaten, die schwieriger sind als die anderen. Und es gibt auch Boden, die nicht gerade die früchtebarsten sind. Aber wir haben bereits so viele, in vielen Bereichen unseres Lebens Siege erreicht. Und es gibt bestimmte Bereiche, in denen wir selbst Gottes Handeln im Weg stehen. Wir denken so, das bringt sowieso nichts, lassen wir es lieber so stehen. Es liegt nicht nur an mir, da gibt es auch diese andere Person, die will sich auch nicht verändern, lassen wir das. Nein, wir sehen weiter, wir tun unseren Teil und lassen Gott seinen Teil tun. Wenn es darauf ankommt, machen wir es, wie der Psalmist sagt. Wir gehen weinend hinaus und streuen unsere Samen. Wenn wir aber die Ernte einholen, kehren wir dann bestimmt jubelnd zurück. Und wir werden wieder wie die Träumende sein. Und die Menschen werden sagen, Mann, er hat was geerntet. Und wir werden sagen, allerdings, weil Gott ist gut und treu. Amen. Dann freu dich, ungeachtet der Umstände, erinnere dich an unseren Bruder Paulus. Wir haben viel, viel mehr Gründe zur Freude als zur Traurigkeit. Lass uns dankbar sein und an alle Segen denken, die wir schon erhalten haben. Lass uns auch Zeugnis geben, damit wir unseren Glauben und den Glauben von anderen aufbauen können. Und hören wir nicht auf zu sehen und an den Gott glauben, der diesen Samen wachsen lässt. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, dass du dieser gute Vater, dieser guter Gott bist. Dass du, ja, bei uns bist, in guten und in schlimmen Zeiten. Und dass du uns lehrst, alles, was wir brauchen, Vater. Wir wollen mehr von dir lernen. Wir wollen lernen, einfach dankbar zu sein. Und nicht zulassen, dass Traurigkeit in unserem Herzen kommt. Ja, wir wollen wieder wie Träumende sein. Wie diejenigen, die sich an deine Segnung erinnern. Ja, und die wissen, dass die Gründe haben, zum Loben, zum Danken. Vater, wir wollen so ein Leben führen. Wir wollen so ein Beispiel sein, wie Paulus, die Mitte im Gefängnis, unter Verfolgung, und einfach Gott gelobt hat, Gott geehrt hat und alle Ketten würden, ja, waren weg. Und er hat sowas erlebt, weil er einfach dankbar war, weil er nicht zugelassen hat, dass Traurigkeit in seinem Herz kommt, Vater. Und wir wollen auch so sein. Vater, hilfst du uns, hilfst du uns, weil manchmal wir schauen zu viel auf unsere Probleme. Aber wir wollen auf dich schauen, Vater, und dankbar sein. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind, aber dass du uns auch verändern willst. Danke, Vater. Im Namen Jesus. Amen.